Bulgarien übernimmt für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Das Balkanland ist erstmals an der Reihe. Bulgarien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Quelle EPA Vasil Duniv, EPA slash Deutsche Presseagentur Bulgarien, übernimmt heute von Estland die EU-Ratspräsidentschaft für sechs Monate. Schwerpunkte dürften die Asyl- und Migrationspolitik sowie die Brexit-Gespräche sein. Das ärmste EU-Land Bulgarien ist seit 2007 Mitglied der Union, gehört aber noch nicht zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum und zur Eurozone. Mit Bulgarien kommt erstmals ein Land an die Spitze des EU-Rats, das wegen Mängeln bei der Justiz und im Kampf gegen die Korruption unter Sonderbeobachtung der EU-Kommission steht.